So, da sind wir wieder, mit den Herren Ikara. Icha, Ika, Uka, Akaras. Ja, schauen wir mal, was wir machen. Schauen wir mal in die Höhle rein. Schauen wir mal in die Höhle, was da passiert. Ich befürchte nichts Gutes. Jawohl. Ich geh mit dem Beat und beweg den Arsch. Wenn die Kassandra kommt, dann heißt es Bombojarsch oder so. Aha. Ja. Ja. Pats. Pa, 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 pa. Apa? Auf wieder. Ist das ein B, ja? Schauen wir mal. Na, auf. Na, auf. Ja. Schauen wir mal. Oh. geht jetzt auch schlafen eine stechende durchsuchen new controller ja was ist denn da jetzt los ist das ich glaube ich habe die Batterie aktivieren aufgeladen und dann geht es weiter weiches leder das ist keine schöne höhle für uns hölle hölle wahnsinn warum steckst du uns ich höre schon auf hier schieb wir haben den leder danke Aua kommt da runter sie sind Oh, nimm's. So. Hm, Höhle. Da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Die Kassandra ist schon wieder da. Wunderbar. Hopp. So. Ästchen. So, gut. Wie kommen wir da auf, da? So. Mal weg. Also, mal gleich mit der verlassenen Mine. Die Mine. Demerung. Oh, yeah. So. Dann mal Quests, ne? Da würde ich schauen, wie... Ähm... Aus den Schatten, aus dem Nichts, ne? Hm. Flucht, außer den, das lassen wir mal stehen. Verbessere deinen Speer, das lassen wir auch. Der ist da, ne? Ja, Inspiration. Erledige den Beeren, ne? Da müssten wir noch... Aber wir gehen mal in die Höhle rein, ne? So. Ja, grüß Gott. Ist hier irgendwas passiert? Wenn du nach dem Bauern suchst, du hast ihn gerade verpasst. Such auf der Straße nach Osten. Was hat's denn hier da? Klumpen. Kling, kling, kling. Das gefällt mir sehr. Hoppala! Kassandra. Bitte. Weiß dich zusammen, Kassandra. So. Ich sag dir nichts, ne? Hör auf zum Klettern, bitte. Bitte, Kassandra. Hallo. Super. Jetzt sind wir gleich wieder... Lass los. Anstrengende Frau, ne? So. Da ist ein Buch. Notizheft. Kann ich nicht draufheben. Darf ich nicht draufheben? Dankeschön. Platz, 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 Platz. Durchsuchen. Okay. Mein Schwertchen gefunden. Ort abgeschlossen. Aber da geht's noch weiter, oder? So. Also, ich will das Dingsbuch aufheben noch. Hallo, Buch? Warum kann ich das nicht? Hallo, Buch? Hm. Naja. So. Kling, 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 kling. Die ganzen Items sind doch nur die Alpha-Wende oder so versteckt. Keine Ahnung. Okay. Wo sind wir denn hier? Da haben wir ja wieder eine schöne Aussicht, ne? Schauen wir mal die Karte. Okay. Dann haben wir. Aha. Dann. Die Suche nach Inspiration. So. Das ist jetzt 6000 Kilometer entfernt. Müssen wir 500 Millionen Kilometer nach oben quettern. Das ist wunderbar, ne? Das ist ja gut. Dann sind wir jetzt da. Dann sind wir auch erst da. Da können wir holen. So. Sehr gut. Komm, wir fahren. Können wir das Schiff aufwerten? Nope. Aber sie sind schon gut bestückt. Das ist noch. Rammgeschwindigkeit. Neun. Neun. Neun Tafeln. Das ist schon krass. Mannschaft. Elf Tafeln brauchen wir dafür. Naja. Wo ist denn unser Pferd? Pferd. Kommt das jetzt endlich einmal angelaufen? Na endlich. Vorbus hat sie jetzt gesagt? Nicht Ella? Geh weg da. So. Wie? Stirb. Ja, Pferdchen. Da müssen wir uns neun bestellen. Ein paar Quelle. So. Da ist ein Lager. Der hat nichts für uns dabei. Er hat die ja nicht verfügbar. Warum auch, ne? Haben wir gerade ein neues bestellt. So. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt ist es da oben. Okay. So. Wir müssen Bären töten. Bärli, Bärli, Bärli. Ja, bist du für einer? Eeeh, hui. Wissen wir schnell weg. Na. Na. Boah. Wissen Sie, ist das als ein Alfa-Bärchen, gell? Hui, hui. Hier ist mein Glück. So. Watz. Aue. Oje. Die Ella steht im Weg. Okay. Da haben wir noch Giftpfeile. Warte mal. Warte mal. Da haben wir noch eine Giftpfeile für die Kollegen. Ja, hat er recht, hat er recht, hat er recht. Bin ja gemein, sie haben. So. Und auf die Schnute. So. Kopfschusskill. Und ihr dachtet, ihr hättet mich umzingelt. Nun. Ich hoffe, die bezahlen auch. Wer? Wie? Wer? Ach, Kassandra. Die Ella kämpft, gell? Gegen Bärli. Die schauen wir an. Komm. Ein Traum. Was macht denn der da? Bitte. Mit dem Pferd. Sind sie Spitzer verneinander oder wie? Pferd? Komm her mal. Komm her mal. Da steht aufs Pferdchen. Wie? Wie? Lauf nur in Zeitlupe. So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Die Kassandra, ne? Schau mal die Beintechnik an. Wie? 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 So. Wo müssen wir jetzt hin? So. Wir müssen da lang. Straße und Ding. Na? Machen wir das per Autopilot. So. Hihii. 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 Wir müssen da. Die sind wir schon da? Ja. Marschieren. So. Das ist doch schon. Was ist hier? Na ja. Jetzt ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Grierst die? Und? Hast du das Biest erschlagen? Das Biest ist tot. Huju? Dich zu treffen war ein Geschenk der Götter. Nimm dies für deine Mühen. Das reicht. Du hast das Reicht, nicht? Cassandra. Cassandra will immer mehr, ne? Ohlala. Senorita. So. Wo ist denn jetzt Pferd, Adler, jetzt wieder? Das macht man fertig. So. Wir markieren uns jetzt so, das hier. Und so, das und das. So. Dann immer schön Y drücken. So. Dann haben wir das. Schnell in der Tasche. Hier ist euch. Da, 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 da ist was. Da ist was im Busch. Yo. Jetzt erst mal durchsuchen, ne? Wie schmeckt der Dreck? Hast du etwas erlegt, Jäger? Es ist furchtbar. Jemand hat meine Pelze gestohlen. Wenn das nochmal passiert, kann ich den Händlern nicht wie versprochen liefern. Warum hast du den Dieb nicht selbst aufgehalten? Es ist nicht so, als hätte ich die Zeit, einen Dieb zu verfolgen, der weg war, bevor ich auch nur einen Blick auf ihn erhaschen konnte. Ich bin bereits im Rückstand mit den Lieferungen. Ja. Was, was, was? Du willst, dass das Objekt überbracht wird? Du willst, dass dir das Objekt überbracht wird? Und ich soll sie dem Händler übergeben. Das dachte ich mir so. Ja. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Ich bin dir so dankbar. Ohne dich würde es nicht gehen. Die Engleinfort. Alles erledigt. So, meine Damen und Herren. Weltsdieb. Riesand. Da hinten müssten finden, ne? So. Den Gauner. Upsi. Lachen. Opa. Lachen. Opa. Was du schreie? Ja. Ist doch los. Was ist mit dir, oder? Gefährt das schlecht einmal. Tatanjão. Was denn? Schau auf mit der Hälfte-Brandpfeile. Ist ja ungesund, ne? Ich würde ja mit dir was anderes machen, ne? Hoppala. So. Knie nieder. Hoppala. Hoppala. Aris ist doch deiner Seite. Aber nicht mehr lassen. Oh doch. So, jetzt bist du gebrennt, Magd. Aris ist doch deiner Seite. Seltener Besiegter, gib ja mal der Zeig. Die sind aufdringlich und seltener, ne? Besser, ne? Wir müssen da oben rauf, ne? Achso. Oh, ich hab das Pferd. Okay, passt. Okay, gut. Servus. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ja. Ja, ich geh schon. Achso. In den Kampf hast du nicht. Ja, nein. Elite-Gegner. Warte mal. Icarus nicht verfügbar. So, der war gerade im Angriff-Modus, ne? W-wenn haben wir da? Die werden alle sterben. Geiseln haben wir da. Ja, da ist nicht so viel los, ne? So, jetzt machen wir ein Nickechen. Aha. So. Da oben haben wir uns. Zack. Ah! Ah! Okay. Nein, nein, nein. Den will ich da. So. Den töten dann, ne? Und dann packen wir den ein. Bum, 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 bum. So. Ich pluckte Gänse, Blümchen. Auf den Rasen. So. Komm her. Langsam geht es mir auf die Nerven. Mia, komm her. Ei. Halt! Komm her, Digga. Ruck. Und Huckaback. Zapp, zapp, zapp. Geh weg, Pferd. Ich hab's gehört. Ja, dann komm her. Ich hab's gehört. Es war gehört. Hey, anhalt! Na? Das war ein leichter Auftrag. So. Dann schleichen wir uns mal rein ins Lager. Ist der überhaupt noch wieder im Lager? Oder haben wir schon alle ausgedämpft? Ja, waren wir schon. Alles erledigt, ne? War's bezüglich gut. Sehr, sehr gut. So. Ich bin mal da. Ich bin ein Star. So. Ich werde dir ewig dankbar sein. Ach, bitte. Vollidiot! Was? Vollidiot? Aufsitzen. Ja. Haben wir das Pferde gestohlen und schauen wir mal auf die Karte. Müssen wir da irgendwas machen, Spezielles oder so? Weltstipp. Aber Weltstipp, ne? Leute. Ihr wisst es. Schauen wir uns das nächste Mal an. Okay. Ciao, ciao.